Ich zeige euch heute die SL Mono von Lupine. Was kann die Lampe? Wie schlägt sie sich gegen Lampen von anderen Herstellern? Das und natürlich auch wieder die Ausleuchtung und einige Messwerte schauen wir uns heute an. Lupine ist ja ein deutscher Premiumhersteller von Beleuchtung, also Fahrradbeleuchtung, aber zum Beispiel auch Stirnlampen und Taschenlampen. Die Produkte haben den Ruf sehr hochwertig zu sein, der Service soll sehr gut sein und entsprechend teuer sind die Lampen auch. Die SL Mono ist da mit 185 Euro schon fast die Billiglampe von Lupine. Wenn man sich die Akkulampen von Lupine so anschaut, dann haben die ja fast alle einen Lampenkopf und ein separates Akkupack, was dann mit dem Lampenkopf verbunden wird. Das hat eine Menge Vorteile, aber hat eben auch den Nachteil, dass es so ein bisschen schwer und unhandlich ist. Und da setzt die SL Mono an. Das ist nämlich die einzige Akkulampe von Lupine, die den Akku direkt ins Gehäuse integriert hat. Zumindest bisher, demnächst oder je nachdem, wann ich das Video hier veröffentliche, ist er ja auch jetzt schon draußen, gibt es nämlich noch die SL Grano, die der SL Mono relativ ähnlich ist, aber auch ein paar entscheidende Unterschiede hat. Wenn euch die interessiert, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, vielleicht teste ich die dann auch nochmal. Abgeleitet ist die SL Mono hier quasi von der SL Nano. Die SL Nano hat nämlich die gleiche Optik und entsprechend auch die gleiche Ausleuchtung wie die SL Mono, aber eben ein separates Akkupack. Und was der SL Mono hier auch noch fehlt, ist ein zuschaltbares Fernlicht. Das ist der SL Nano vorbehalten. Aber dafür ist die SL Mono hier mit direkt im Gehäuse integrierten Akku eben super kompakt. Die SL Mono hat natürlich auch eine STVZO-Zulassung, kann also in Deutschland legal im Straßenverkehr eingesetzt werden und hat entsprechend eine klare Hell-Dunkel-Grenze, sodass sie zumindest, wenn ihr sie richtig ausgerichtet habt, den Gegenverkehr nicht blendet. Ja, kommen wir erstmal kurz zum Aussehen und zur Funktion der SL Mono. Ja, so sieht die SL Mono hier aus. Obwohl hier noch ein Akku im Gehäuse Platz finden muss, ist sie doch echt richtig schön klein. Das Gehäuse besteht aus Alu, die Abdeckung hinten aus Kunststoff. Hier ist der Halter der Lampe. Das ist ein Schnellspanner. Der wird hier seitlich an der Lampe angeschraubt und dann per Schnellspanner schnell am Lenker befestigt. Lässt sich also auch gut, ohne eine Schraube schrauben zu müssen, am Lenker befestigen und wieder abnehmen. Und ganz ehrlich, ich finde die Lampe echt schick am Lenker. Schön klein und unauffällig. Da können nicht viele Lampen mithalten. Den Schnellspanner gibt es mit 25,4, 31,8 und 35 mm Durchmesser. Da muss man beim Kauf also den richtigen Durchmesser auswählen. Man kann den Schnellspanner aber auch einzeln nachkaufen. Zum Beispiel, wenn man die Lampe an verschiedenen Bikes mit verschiedenen Lenkerdurchmessern einsetzen will. Und man kann zusätzlich auch einen GoPro Halter kaufen, wenn man die Lampe so am Lenker befestigen will. Ja, was gibt es an der Lampe sonst noch zu sehen? Hier an der Seite habt ihr unter einer Gummiabdeckung den USB-C Ladeanschluss. Wenn man da mal reinschaut, ist da wirklich eine Menge Platz, wo bei geöffneter Abdeckung Wasser eindringen kann. Also immer schön darauf achten, dass er die Gummiabdeckung auch ordentlich schließt. Und ja, ihr könnt die Lampe auch mit einer Powerbank im Betrieb nachladen. Und dafür gibt es noch ein schönes Zubehörteil, nämlich ein spezielles USB-Ladekabel namens Dauerbrenner. Bei dem ist der Stecker so geformt, dass es die Öffnung ordentlich gegen Eindringen von Wasser abdichtet, wenn ihr das Kabel angesteckt habt. Und das Kabel dürfte durch den Abschluss am Gehäuse auch Vibrationen ganz gut aufnehmen, was sicherlich bei häufigem Einsatz der Lebensdauer vom Ladeanschluss zugute kommt. Hier oben am Gehäuse habt ihr einen Taster. Einen Doppelklick schaltet die Lampe ein. Ihr könnt das aber auch mit einer Tastenkombination auf einen Einfachklick umprogrammieren. Wie genau das steht in der Bedienungsanleitung. Dann mit einem einfachen Druck könnt ihr die drei Leuchtstufen durchschalten. Zu denen später noch mehr. Beim Einschalten wird auch kurz der Akkustand signalisiert. Im Betrieb selber hat man die Info über den Ladestand nur, wenn die Lampe bald leer ist. Dann hat man erst ein rotes Leuchten des Tasters oben, später ein rotes Blinken und zum Schluss noch ein abwechselnd rot-blaues Blinken. Vorne dieses weiße Teil hier ist der Helligkeitssensor. Der ist im Normalzustand nicht aktiv, aber auch hier könnt ihr die Lampe wieder umprogrammieren und den Sensor aktivieren. Dann ist die erste Leuchtstufe, also die Tagfahrlichtstufe, aktiv, wenn es draußen hell ist. Wenn es dunkel wird, wird automatisch in die zweite Stufe, also das gedimmte Abblendlicht, umgeschaltet. Und per Tastendruck könnt ihr dann, wenn ihr wollt, auch noch in die höchste Stufe umschalten. Wenn es dann wieder hell wird, wird automatisch wieder in die Tagfahrlichtstufe umgeschaltet. Ein echt erwähnenswertes Feature ist auch noch die Rückseite. Wenn ihr jetzt denkt, ja da sieht man doch aber gar nichts. Doch, da sieht man was und zwar Schrauben. Ein fest verbauter Akku ist ja bei Akkulampen immer wieder ein bisschen problematisch, weil Akkus halt mit der Zeit immer schwächer werden oder auch mal kaputt gehen können. Bei vielen Akkulampen ist die Lampe dann eben einfach Schrott, weil der Akku realistisch eigentlich nicht getauscht werden kann. Bei einigen Herstellern, zum Beispiel Busch & Müller, könnt ihr die Lampe zumindest einschicken und den Akku gegen Kostenübernahme tauschen lassen. Das ist auch schon ganz gut. Bei Lupine geht es aber noch besser. Ihr könnt den Akku beim Hersteller direkt nachkaufen und selber die Lampe aufschrauben und den Akku ziemlich einfach tauschen. So, jetzt kommen wir aber mal zur Ausleuchtung der SL-Mono. Um euch die Ausleuchtung von Fahrradlampen zu zeigen, mache ich ja immer von allen Lampen ein Foto an der gleichen Stelle mit den gleichen Kameraeinstellungen, sodass ihr optimal vergleichen könnt. Hier die Ausleuchtung der SL-Mono. Generell habt ihr erstmal eine schön gleichmäßige Ausleuchtung mit einer insgesamt ziemlich hohen Helligkeit. Der Lichtkegel ist jetzt nicht super breit, aber zumindest im hinteren Bereich denke ich doch schon echt ausreichend breit. Nur im vorderen Bereich könnte die Ausleuchtung echt gerne noch ein bisschen breiter sein. Das, was ihr jetzt hier seht, ist die höchste Leuchtstufe und leider ist es mit so einer Aufnahme relativ schlecht möglich einzuschätzen, wie hell so eine Ausleuchtung in der Praxis ist und ob das jetzt für einen bestimmten Zweck noch ausreicht. Deswegen mache ich von den niedrigeren Leuchtstufen eigentlich gar nicht erst ein Foto, sondern nur von der höchsten, dass man so die Lichtverteilung einschätzen kann. Die Lichtverteilung ist aber zumindest bei den anderen beiden Leuchtstufen genauso wie bei der höchsten. Auch in der niedrigsten Stufe, die ja Tagfahrlicht heißt. Teilweise ist es ja bei Fahrradlampen so, dass das Tagfahrlicht eine andere Lichtverteilung hat. Das ist bei der SL Mono auf jeden Fall nicht so. Das Tagfahrlicht hat die gleiche Lichtverteilung wie auch die anderen Leuchtstufen. Und ja, helligkeitsmäßig bei den einzelnen Leuchtstufen war mein Eindruck jetzt folgendermaßen. Das gedimmte Abblendlicht, also die zweithöchste Leuchtstufe, ist ein bisschen weniger hell als die höchste. Aber ich fand das gar nicht mal so dramatisch viel. Meistens hat mir die zweithöchste Leuchtstufe eigentlich gut ausgereicht. Und die höchste Stufe war dann eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Die niedrigste Stufe, also das Tagfahrlicht, ist dagegen deutlich dunkler. Ich meine, der Name sagt ja schon, dass es eigentlich zum Gesehenwerden am Tag gedacht ist. Und ich finde auch persönlich die Tagfahrlichtstufe zum entspannten Fahren bei Nacht eher zu dunkel. Ich meine, notfalls geht das schon, wenn man nicht zu schnell unterwegs ist und die Straßenbeschaffenheit gut ist. Dann kann man damit notfalls auskommen. Aber über längere Zeit habe ich das eben auch mal ausprobiert. Da fand ich das doch recht anstrengend. Kann aber auch sein, dass der eine oder andere damit besser klarkommt. Menschen sind da doch ein bisschen verschieden. Ja, jetzt vergleichen wir die Ausleuchtung mal mit ein paar anderen, einigermaßen starken, auch in Deutschland zugelassenen Akkulampen mit integriertem Akku. Die Lampen, die ich euch jetzt zeige, erzeugen so von der Größenordnung grob so viel Lumen, also Gesamtlicht wie die SL Mono. Hier seht ihr erstmal nochmal zum Vergleich die Ausleuchtung der SL Mono. Und hier jetzt die X-On Space von Busch & Müller. Das Lichtfeld ist bei der insgesamt eine Kleinigkeit weniger hell als bei der SL Mono, dafür im vorderen Bereich eindeutig breiter. Hier nochmal die SL Mono zum Vergleich. Und hier jetzt die Blind Air 120 von NOC. Die erzeugt ein recht helles Lichtfeld, im Fernbereich ein Stück schmaler als die SL Mono. Der Lichtkegel ist ein bisschen zweigeteilt und vorne ist ein bisschen zu viel Licht vorhanden, was den Lichtkegel insgesamt ein bisschen ungleichmäßig macht und die Fernsicht etwas verschlechtert. Ich finde die Lichtverteilung der Lampe nicht ganz so gut, aber brauchbar. Sowas ist aber auch echt immer ein bisschen Geschmackssache. Die Meinung über die Blind Air 120 hier, die ich so von anderen gehört habe, die reichen so von ganz okay bis wirklich grausam. So, und hier nochmal die SL Mono zum Vergleich. Und hier ist die Lisein Super STVZO 600+. Die leuchtet vor allem vorne richtig schön breit aus. Die Ränder sind nicht ganz so scharf abgegrenzt, gefällt mir persönlich ganz gut. Dafür ist die Fernsicht bei der ein bisschen schwächer als bei einigen anderen Lampen. Schaut auch gerne mal auf meiner Webseite fahrradbeleuchtung-info.de vorbei. Da könnt ihr die Ausleuchtung von vielen anderen Lampen nochmal mit denen hier vergleichen. Okay, ist die Ausleuchtung der SL Mono jetzt besser als die der anderen drei? Man muss ja vor allem auch bedenken, dass die anderen drei Lampen, die ich euch jetzt gezeigt habe, durchaus ein Stück billiger sind als die SL Mono. Und ich würde sagen, nein, alle drei haben so ein bisschen ihre Stärken und Schwächen bei der Ausleuchtung. Genauso wie die SL Mono. Die SL Mono leuchtet schon gut aus, aber ich denke nicht in allen Aspekten eindeutig besser als die anderen drei. Aber wo die SL Mono eben doch gegenüber den anderen eindeutig heraussticht, das sieht man, wenn man die viermal nebeneinander legt. Design ist natürlich auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Aber die SL Mono ist doch deutlich kleiner als die anderen Lampen und kann bezüglich Lichtstärke trotzdem sehr gut mithalten. Und klar, begrenzte Größe hat leider auch einen etwas kleineren Akku zur Folge. Messwerte dazu zeige ich euch dann gleich noch. Aber die Akkulaufzeit der SL Mono ist schon nicht übermäßig lang. Die nutzt den Raum im Gehäuse hier doch ziemlich gut aus. Also gemessen daran ist die Akkulaufzeit dann doch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber zaubern kann die SL Mono eben auch nicht. Kleines Gehäuse bedeutet kleiner Akku und damit muss man dann leben. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Abschnitt, der bei Lupine echt nicht fehlen darf, den man auf jeden Fall erwähnen sollte. Und das ist eben ein weiterer Vorteil, den die SL Mono gegenüber einigen anderen Lampen so hat. Den würde ich mal so als Lupine-Qualität vielleicht zusammenfassen. Ich meine, das ist jetzt hier kein Werbevideo für Lupine. Das heißt nicht, dass die Lupine-Produkte perfekt sind und unzerstörbar. Das soll auch nicht heißen, dass die Lampen von anderen Herstellern totaler Schrott sind. Aber gerade die hohen Preise ermöglichen es eben Lupine auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen weniger auf den Preis zu schauen und gute und durchdachte Lösungen anzubieten, was andere Hersteller vielleicht auch eben aus Preisdruck nicht an jeder Stelle konsequent so umsetzen können. Und wenn mal was kaputt ist an der Lupine, auch nach Ende der Garantiezeit, dann habt ihr einen unschlagbaren Vorteil, nämlich einen gut funktionierenden Reparaturservice. Denn die Lampen von Lupine sind erstens so gebaut, dass sie repariert werden können. Und vor allem funktioniert das bei Lupine auch sehr unproblematisch. Und das konnte ich auch gleich mal testen, dummerweise. Ich habe euch ja gesagt, dass der Akku, der SL Mono, tauschbar ist. Und neugierig, wie ich bin, habe ich die Lampe natürlich mal aufgeschraubt, den Stecker vom Akku mal abgeklemmt und dann wieder dran gemacht, um zu sehen, wie das in der Praxis so funktionieren würde. Tja, und was passiert mir bei meinem Glück? Danach hat die Lampe nicht mehr funktioniert. Perfektes Beispiel, dass Lupine-Produkte eben auch nicht perfekt sind. Woran der Fehler jetzt lag, weiß ich bis heute nicht. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass da jetzt hier irgendwie ein generelles Problem vorliegt, außer grenzenloses Pech bei mir vielleicht. Naja, wie auch immer. Ich habe mich aber dann schnell daran erinnert, dass das mit dem Reparieren bei Lupine ja relativ schnell und unkompliziert sein soll. Also habe ich das Reparaturformular, was man auf der Webseite findet, ausgefüllt und zusammen mit der Lampe an Lupine geschickt. Abgeschickt habe ich das Ganze an einem Mittwoch. Am Donnerstag war dann Feiertag. Und man könnte ja meinen, dass am Freitag nach einem Feiertag vielleicht ein paar Mitarbeiter im Urlaub sind oder so. Aber nein, schon am Freitag kriege ich eine E-Mail, dass die Lampe repariert ist und wieder auf dem Weg zu mir. Und am Samstag war sie dann auch schon wieder fertig repariert und wieder funktionierend bei mir. Man könnte jetzt meinen, naja, hat eben mal perfekt funktioniert, habe ich eben Glück gehabt. Aber nach dem, was ich so gelesen und gehört habe, sind solche kurzen Reparaturzeiten bei Lupine eher die Regel als die Ausnahme. Ich fand es aber trotzdem extrem gut, das selber eben mal erlebt haben zu können. Die Reparatur war für mich übrigens kostenlos. War mir erst nicht ganz sicher, ob das Ganze unter Garantie zählt, weil ich die Lampe ja geöffnet habe. Ja gut, auf der anderen Seite ist es ja eigentlich eine vorgesehene Funktion vom Hersteller eben, aufschrauben zu können und den Akku selber zu tauschen. Ja, wie auch immer an dem Punkt auf jeden Fall mal Danke an Lupine für die Kulanz. Ich hatte das auch auf dem Reparaturformular so angegeben, wie der Fehler zustande gekommen ist. Aber ihr profitiert von dem Reparaturservice natürlich auch, wenn das Ganze nicht unter Garantie läuft. Also wenn ihr die Lampe aus Versehen, was weiß ich, kaputt gemacht habt oder die nach Ende der Garantiezeit kaputt gegangen ist, dann läuft das so, dass bei Reparaturkosten bis 15 Euro ohne Nachfrage repariert wird. Das heißt, die 15 Euro müsst ihr dann halt bezahlen. Darüber wird vorher nachgefragt und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr für den Preis, den das dann kostet, reparieren lassen wollt oder nicht. Ich finde es gerade bei teuren Produkten echt gut, wenn man so einen gut funktionierenden Reparaturservice hat. So hat man eben bei einem Defekt die Chance, zumindest für geringere Kosten als den Neupreis von der Lampe, das Ganze wieder hinzukriegen und man weiß eben auch, das Ganze funktioniert schnell. Das heißt, wenn man auf die Lampe angewiesen ist, dann muss man da nicht irgendwie Wochen oder Monate warten, sondern weiß, das Ganze funktioniert einfach super schnell. So, und jetzt noch ein paar Messwerte. Ich messe den Lichtstrom in Lumen, den Fahrradlampen erzeugen ja immer über die gesamte Laufzeit in meiner Ulbrichtkugel und hier sind die Messergebnisse zur SL-Mono. Ich blende euch hier nochmal die Herstellerangaben dazu zum Vergleich ein. Erstmal die mittlere Stufe, 3 Stunden 15 Minuten bei 350 Lumen gibt der Hersteller an. Ich habe sogar ein bisschen länger gemessen, zwar ein kleines bisschen unter den 350 Lumen, aber da ist die Messgenauigkeit von meinem Messgerät echt nicht so groß, dass man bei solchen kleinen Unterschieden hier irgendwie Schlüsse draus ziehen könnte. Die höchste Leuchtstufe, eine Stunde 30 Laufzeit, das passt. Der Lumenwert, also erstmal, dass der am Anfang hier so ein Stück nach unten geht, das ist völlig normal. Die LED erwärmt sich halt und wird dadurch ein bisschen weniger effizient. Bei der Messung war die Lampe noch mit einem Lüfter gekühlt. Vielleicht wird sie im Fahrtwind dann doch noch ein bisschen besser gekühlt und der Abfall ist ein bisschen geringer. Das ist schwer zu sagen. Aber für mich sind das trotz allem dann eben doch ein bisschen unter den versprochenen 700 Lumen. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, damit hier Schlüsse draus zu ziehen. Mein Messequipment ist hier halt selbst gebaut und nicht super genau kalibriert. Aber zumindest sieht das für mich dann auf jeden Fall doch nicht doppelt so viel wie in der mittleren Leuchtstufe aus. Laut Lupine gibt es da auch eine gewisse Streuung in der Leistungsaufnahme bei den Lampen. Vielleicht spielt auch das eine gewisse Rolle. Ich glaube, eure Schlüsse müsst ihr da jetzt selber draus ziehen, wenn ihr da dann irgendwelche Schlüsse draus ziehen könnt. Zu dramatisch sehe ich das Ganze aber auch nicht. Knapp 500 Lumen oder 700 Lumen, das mag auf dem Papier ein deutlicher Unterschied sein. In der Praxis ist der Unterschied aber nicht so groß. Da ist die Lichtverteilung doch der entscheidendere Faktor dafür, ob eine Ausleuchtung jetzt gut ist oder nicht. Ja, und dann noch die niedrigste Stufe. Und die leuchtet mit 17 Stunden halt deutlich länger als die 9 Stunden Herstellerangabe. Dafür sind es deutlich weniger als die angegebenen 150 Lumen Messungenauigkeiten hin oder her trotzdem. Es ist jetzt nicht so, dass heller und weniger Laufzeit jetzt unbedingt besser wäre. Aber ein bisschen blöd finde ich es dann trotzdem, weil wenn man sich ein bisschen auskennt, hat man eben bei 150 Lumen so eine gewisse Erwartungshaltung. Da hätte ich mir bei der Lichtverteilung der SL Mono eben zum Beispiel eine Ausleuchtung erhofft, mit der man noch so halbwegs vernünftig zumindest fahren kann. Das ist aber eben mit der Tagfahrlichtstufe, wie sie jetzt hier ist, leider nicht so. Ja, was ist jetzt mein Fazit zur SL Mono? Für wen ist das die richtige Lampe? Also generell gibt es wenige Lampen, die am Bike so gut aussehen, wie die SL Mono, finde ich. Und trotz ihrer kleinen Baugröße erzeugt sie doch eine echt brauchbare Ausleuchtung, aber eben nicht übermäßig lange. Klar, man kann die Lampe auch während der Fahrt mit einer Powerbank nachladen, aber für häufige, ausgedehnte Nachttouren ist die SL Mono wahrscheinlich eher nicht die richtige Lampe. Ob man den recht hohen Preis der SL Mono bezahlen will, muss jeder für sich selber entscheiden. Klar, ähnlich gute Ausleuchtung kriegt man auch schon für weniger Geld, aber mit einem Teil des höheren Preises bezahlt ihr eben auch einen sehr guten Service mit, der durchaus auch was wert ist. Da müsst ihr schauen, wollt ihr das so haben oder wollt ihr lieber erstmal weniger Geld ausgeben für eine andere Lampe und nehmt dafür ein bisschen schlechteren Service in Kauf. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch dabei geholfen, euch für oder gegen die SL Mono zu entscheiden. Wenn ihr noch Ergänzungen habt oder Fragen, hinterlasst sehr gerne einen Kommentar. Ich werde versuchen, da möglichst viel zu beantworten. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt natürlich dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Videos über Fahrradbeleuchtung sehen wollt. Und damit macht's gut, bis zum nächsten Video. Und dann gehen wir bestimmt, bis zum nächsten Video. In derkim Schuster